Jo Willkommen zurück zu einer weiteren Folge ETS2 mit Dominik und dem Max Tag jetzt wir fangen weiter es gilt heute weiter Cemento Meister weiß doch jeder das weiß man doch das weiß man doch ja ja um das ist wichtig dass Max wo sind Dominik und ich gerade Prozent wir sind in Tschechien darfst du heils waren doch ich gewusst ja ich will die Leute bestechen er Prozent wenn die Welt allermacht wird er auf die Sorge sehen oder was davon krieg ich so Kopfweh Entzündigung Entschuldigung ich fahr wie so wild bis offen Machen die da wieder Dingangriff oder was sieht so aus ja Gängangriff Ne Gängangriff ich mach mich ich guck doch mal zu schauen wir ob ich gleich sterbe oder nicht wahrscheinlich schon dort was das gelaufen ich bin ja nicht auf das ist toll als ich muss sich gar nicht in die Welt die sich hören Prozent da da immer noch nicht direkt Dominik die nächste Runde der Weg zu sehen was geht wenn man den Punkt in der Zukunft die Arschlitter den Sittenden aus der Mokko ja ich habe es zu gekocht weil ich doch verlaupt Leuchttemberg die Wurde aufgrund ich bin mit einem Trailer auf der Leitplanke und die Bewahre mit einem Trailer liegt auf der Leitplanke mit einem Rad er hat er steckt oder schwebte Luft er hat auch ein er steht nicht ab doch jetzt gedacht so noch schnell erbarrieren dann liefere ich meine Lieferung aus und dann suchst du dir noch was noch Böbel schickte aber nicht wenn ich was das war auch zu zerstören die haben es kaputt gemacht und ich also kostet nix weil du musst jetzt erst bei der Versicherung wieder das war sehr knapp ich wäre beinahe in der Firma wo ich abliefern sollte umgekippt ach so ich heiße ja nicht Nepo ja cool ja Nepo heißt du schwul ja alles klar ja gleich ein Disflake ne Nepo guckt doch eh nicht ich weiß wer guckt doch eh nicht nicht Nepo glaube ich nicht dass er das guckt doch nicht tolerabel so mal gucken ob ich was weiß ey wenn du bei der Versicherung angerufen hast kannst du dir direkt über ähm Ding ähm ja wenn du das Auto wieder willst Tatsache du bist Trigger wenn ich's will aber ich will's grad nicht ne B-Bistrick da musst du mal was anderes fahren ok der kommt schon wieder hey geh weg alter wo ist mein Auto da ist mein Auto ach 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 du ach ich bin an der Werkstatt das schaue da geil aus alter da wobei die bereitet sind ist ne da kommen wir nach dem TTC oder so keine Ahnung wo ist das in Ostrau das ist gut das ist auch mal geil das Auto ey oder warte ich lass mich ab auch so dass das Dreck nehmen warte ich komm zu dir kann das Auto noch umtunen ja oder ähh ähh Domo so wir haben auch sich vor allem in der Lage sich gegen das 167 267 genau das auch wir haben wir verstanden 100 so wo bleibst du beim Ausfall einmal rechts ja so folgen nicht der war steht am Auto frage ich mich auch gerade Lohol 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 wahrscheinlich weil es die Kuhel Mönch sind doch gelockt du Pisa tut und fahren sind die Menschen hier los macht schnell erstes Grün ich sehe es als extra langsamer und anhalten kann ich der folge und nicht als auch uns klar ich habe vollgastig kommen wird schneller ja ich vor Ort bloß 9 60 1 6 3 ich weiß ich bin schon wieder mit schneller Kalko nix für das Dumm und das Schwerste passt wie schwer bist du bis gleich das vorhin er hat nicht einmal die Städte das war bestimmt nicht als ich in den Notting das Auto geformt bestimmen 100 Prozent Prozent die Grunde ist der Treppe der GmbH die Gift und Siegel weil ich muss die Vergiftung ich nicht wir kommen dass und lasst uns nun mit einem Kau ich bin Wendel und dann halt er hat es auch gemerkt da wurde noch mit einem Ort von Wollensum Prozent geworden mindestens 30 oder so ein bisschen was das Kamer mal zwei Folgen nur mit drei Fisch. Halbani, Fischstange, alles klar. Erstmal Fahrzeug reparieren, so. Oh, die nächste müssen wir... Cool, wir können noch eine Panzerung draufhauen. Ich hab das alles schon voll. Hupe. LKW-Hupe, serie-mäßig. Hoppala. Kann sein, dass wir hier gerade die Einzigen sind. Tutututututum singen ja. Und es wird dunkel. Max, hau ab. Es wird dunkel. Hallo? Hallo. Hallo. um und dann müssen die Schranken unten und für die Gruppen hört sich gut auch wenn bei mir sind die Schranken unten und wir sind oben genau die war die CD ist geil die hab ich ein paar Loto-Risern drin oh man die Halloween 1 noch fortlaufen wie teuer ist die? 40.000 ja ne hätte ich jetzt nicht so viel Geld würde ich dich da beanspruchen ja ne mach ich was eigentlich später trotzdem noch das kann sein ja weil ich nur noch so wenig Geld hab viel hab ich 5 Millionen? ja im Vergleich zu den 16 die ich vor ein paar Monaten noch hatte das Auto ist jetzt ein bisschen besser also hat eine coolere Ruhe und sonst und ist ja repariert cool gibt's auch noch andere Lackierungen dafür? weiß gar nichts mehr ha? andere Lackierungen keine Ahnung, hab jetzt ja geschaut was? das war gerade Schildi Dauerrollen nein ich muss noch ein Schildi in den Tod reißen was hast du getan? was hast du getan? ich weiß es nicht der Herr da weißt du es, du hast doch gerade extra noch zack was du gemacht hast ich kann mich daran jetzt nicht mehr trotzdem nicht mehr erinnern tut mir leid ich weiß es nicht mehr ja oh also wie 95ration Ja, da war ich im inaktiven Modus, man hat es gesehen Ah, scheiße! Ah, scheiße! Äh... Hey, cool, so gut läuft! Da-ra-ra-ra Ich hätte nach linksfahrt oder nicht geradeaus. Ja, geradeaus geht's damit weiter. Hihihi, Schidi liegt. Ja, das ist lustig. Du Schidi flachgelegt. Was? Du Schidi flachgelegt. Oh, ich hab 88 Nachrichten jetzt. Und das ist alles in einer Gruppe. So beliebt bist du doch gar nicht. So beliebt bist du doch gar nicht. Psch! Ruhig! Die Möglichkeit bin ich ein Gronkh. Na. Ja, also, ihr wisst schon, ne? Wie viele Leute sind in deiner Gruppe, wenn du 88 Nachrichten jetzt so wieder zurückkommst? Äh, pff, keine Ahnung. Die Gruppe wurde auch heute erst erstellt. Mein Handy blinkt. Ja, was, hast du auch 88 Nachrichten? Ne. Was, der ich hunderte. Ich glaube noch eine. Ich kann nicht nachgucken, weil ich bei der Hände zu fahren. Mh. Aus der Gronter von Madre, aber dann verkriegt die Kurve davon. Ja, ich bin da vorne. Willst du jetzt einfach in goldenen Autos? Max. Hm? Willst du jetzt einfach in goldenen Autos? Ne, ich will gleich mal schauen, was du da hast, aber nicht viel. Ja, die goldenen Autos halt, ne? Ne, ich geh wieder. Bin kein goldenes. Die sind mir zu hoch. Hörst du mich noch ja, ne? Ja, klar. Ne, ich geh noch. Ich kann dir einen Lowrider holen. Die stehen in der Unit. Karma machen. Ja, Handy, ich weiß, dass ich in der Nachricht hab. Du kannst aufhören zu blinken. Äh, ne. Das ist nicht genau vor mir auf dem Schreibtisch und blinken mir genau ins Gesicht. Ja, ist doch schön. Das ist bei mir auch so. Das blinkt ins Gesicht. Bling, 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 bling. Blink, ja. Blinky, pinky, jawoll. Oh Gott, dein Ernst. Ja, ja. Äh. Das nächste Sonnläuft grad richtig geil. Gott verhören. Oh oui, everyday. Ich wusste, ich hab das Lied schon bei euch mal gehört. Mein GTA ist ins Zimmer. Daher kenn ich das. Genau. Ja, ne? Wahrscheinlich. doch mal die 33 Kilometer noch in der Folge. Ja, bei mir sind zwar 58, aber ja. Jetzt bei mir auch, aber. Mit Gebrecher von Hausmaßdien. Äh. Ero-Gurie. Ich muss noch Porsche. Ja, Porsche. Ja. Nein, wie ist es, wir machen für den letzten 1 Kilometer noch extra. Okay. Weil nämlich die 15 Minuten so gut wie rum sind. Äh. Ja, wahrscheinlich. Das klingt nur sinnvoll, Thomas. Das klingt nur sinnvoll. Ja, tätig auch so. Ja. Soll ich gleich mal wieder links abbiegen? Ne. Und bumm, warum? Malz an der Stelle, ne? Ah. Aber gleich. Ah. Da hinten stehen die drei. Ja, ich seh's. Das ist, du kannst das Handy nicht. Hm? Du kannst das Handy nicht. Hm? Du kannst das Handy nicht. Hm. Ja, ne 10 hat nämlich so ich Bock. Wo ich will. Ja, das ist eine Flow. Flowey, Joey. Hast du Hass oder Hydraulik drin? Ich hab in allen drei. Wer ist das noch der davon, ne? Der Link hat der. Rechts die drei letzten. Eins, zwei, drei. Aha. Die die fetten Boxen drin haben. Ja. Äh, Thomas gleich muss mal links abbiegen. Ich weiß. Was? Jetzt kommt die Stelle. Also, vier. Heute krieg ich's. Heute krieg ich's. Wirklich? Ach, heute krieg ich's. Also links abbiegen. Ja. Hahaha. Alles klar. Ich dachte, ich krieg die Stelle noch. Thomas, das Video, die Folge schickst du mir und dann, äh, lad ich die Hochdarmüllung. Was? Es war's. Ja, was du, Schatz, das ist das. Das war's. Was andere. Okay. Hey, du bist der Pixel. Kommt, die Fahrt. Für Fahrerverläuter. Ja. Also Thomas, die kannst du mir dann später, ja. Mit dem Praktiz der Kapitel zusammenzücheln. Oh, okay. Okay. die Obdoktor Experimente der Schnelle was nix aber ich kann auch Korte Reis in die Garage Prozent bis in Verband muss man nach Luftschlag ob der Fahrrad die Kriegsfahrer die hier da muss man sich bmw also bei bmw nachhaltig ja auch noch nie kann man mit dem Ding springen Prozent er hat auch ein Schaum mit fast auch wenn es gedrückt wird Füße so dann fahren wir jetzt mal nach jetzt fahren wir mal nach Werkstatt rein ich bin grad beim Einpass Hoppla ich bin in einem Volvo reingefallen ja dann bist du mit umgekippt los ja Tatsache ja und ich krieg grad nicht hin einzuparken was wo bist du? ich krieg's nicht hin einzuparken welche Form ab bist du? Dings bist du? Eurogoodies warte ich komm zu dir und dann kaum bin ich in der Innenansicht kein Ding aber von außen überhaupt nicht Nix 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 Warte ich komm zu dir ich will sehen wie du schaffst du ein ich bin doch schon fertig ja trotzdem komme ich zu dir trotzdem 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 nicht an der Werkstatt ne das ist ein Erzter alles klar so, okay, damit verabschieden wir uns für die heutige Folge und der Dominik möchte noch ein kleines Gaglias Zeugen so wie es aussieht und ja, dann zum nächsten Mal. Ciao, ciao, bye, bye Tschüss